Zuzue, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sims 4, oh Gott, so, willkommen, sorry, so, genau, wir sind wieder in Sims 4, und Olden ist wieder hier ganz fix am Werk, und Caleb, und, oh Gott, hm. Nun gut, also, zu viele E-Mails. Der Produzent von Zander schickt ihm mehrmals am Tag panische E-Mails. Es ist schwer, die Arbeit zu erledigen, wenn er ständig kleine Notfälle übernehmen muss. Zander kann die E-Mail-Zentwickler ignorieren oder eine Lösung rufen, die alle Probleme des Produzenten beseitigt. Ja, globale Lösung. Es dauert lange, und Samuel muss all die anderen Namen an der Seite legen. Aber, letztendlich hat er die Lösung für alle Probleme des Produzenten parat. Beim nächsten Team-Meeting lobt der Produzent Sander. Weil er das Übel bei der Wurzel gepackt hat, ja, sehr gut. Ich weiß sehr, ob ich okaye, wo ich sie denn. So. Okay, dann nicht. Verdammt, verdammt. Dann gehen wir mal das reparieren. Oh, der Stuhl ist aber irgendwie, dass der Stuhl wieder verkort. Okay, dann gehen wir mal das. Geben, gehen wir mal rein. Dann gehen wir mal zurück. Ach. Komm, geh runter. Sag, helde! Sehr gut, wenn wir schon mal in der Wurst haben. Okay, ja. Sie ist... Kleinen Insekten, so brauchen wir nicht. Wir müssen hier unser Gebilde mal weitermachen. Gebilde. Ich wollte hier nicht Chaos veranstalten. Das wird nur dein Volga. Oh, Oga. Oga. Wollen wir nicht mal Oga? Ja, weiter runter. Komm zu Oga. Komm zu Oga. 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 Hello, Screenshot. Hier auf Name. Screenshot auf Name. Oga. Da kommt Oga. Nee. Okay, wir haben keine List heute nicht. Rein. Rein. Aha. Okay, überhaupt nicht beschweren. Dag Dag. So, so. Essen. Und dann duschen. Und dann müsste man noch ein Köln. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist so schwer. Oh Gott. Es ist so schwer. Oh Gott. Ich will politisch streiten. Okay. Feneb Schwabe Yibs 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 Borba Nizo Gelnamog Borb Bepso Flaswerb Bruna Yibs Yabba Bling Abraal Geh mal schlafen Na komm Vengira Inuplanar Kerenzi Oh, Jarban Dekul Nonafej Yasharu Warba Quibs Oh, Miranay Oh, yes Zuuu Bestehend Jaaa Uppreif Prus Uppreif Uppreif Prus Uppreif Süß ist er Hier verknollt Ah, haha Hina Oeh 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 Hina Oeh Hina Oeh Oeh Du Schnuckerschen Mit Stevie Schnuckerschen Wie wär's denn mit einer Erd Ah, ich liebe das Lied Oh mein Gott Neun Zuuu Ich bin Klim Ah Uppreif Oh Nonafej Be realizes Pum Bum 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 Ba Bum Bum Wa Oh Ja Es ist wirklich ein Pijama-Party, ein Pijama-Party, ein Pijama-Party, ob das wirklich eine Pijama-Party ist. Oh, die können ja hier... oben... Zichtelmächter... Wichtig! Was ist das? Gleimbo! Rebna? Kalibna Brack? So brief! So brief! Finalista! Oh... So... A peggo... ...kau! Okay... Guck, kommts... Sie sind aber schlafen hier... Na komm! Hopp hopp schlafen... Oh... Okay... Sophie... Kenner... Macht halt das... Bronnie Yavu... Gotta es slimm sein. Ohhoooow... gegen... Ahaha... Okay... Okay, ich höre als Hunger fütter sie auch Mensch und kam gar nicht dazu Ach Mensch Okay, jetzt haben wir's Warum bist du wach? Geh wieder schlafen Komm Okay, dann machen wir's anders Na komm Oh Bindel weg sein Und dann Essen Helfen, Essen Bindel weg sein Sehr gut Sehr gut So Oh Achso, das sind Schmutzflecken und keine Flecken vom Kleid, ich dachte das mehr an Flecken vom Kleid Oh nein Ach Mensch Okay Oh 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 Jetzt ist schon mal ein halbiges Spur Wollen wir die alte Kieße nehmen? Komm, wir wässern mal alles bevor es hell wird hier Wie sieht's eigentlich aus in unserer Empirfähigkeit Wie sieht's eigentlich aus in unserer Empirfähigkeit Dort machen wir ein bisschen, ich seh schon Da Tut Da kommt ein Schma auf, ich seh schon Geht mal mit Räumen Schmal start Das ist auch bestimmt Oh, guck mal die Fähigkeit geht hoch Oh Yay Das ist schon mal gut. Da passiert was hier. Hier ist gewaschen. Das ist ein Schaumbad, bitte. Oder stinkt sie jetzt wieder? Sie ist schmutzig, sehr gut. Oh je! Oh je! Oh Gott. Hopp 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 hopp. So wie fit bist du jetzt? Naja du kannst noch ein bisschen schlafen. Ich fitte noch. Naja. Geht besser. Geht besser. Hm. Okay und da ist die Geburtsturkunde. Ansehen. So. Jetzt kann sie schon wieder schlafen gehen. Super. So kommen ins Bett. Also wie lange. Wer hat die Geburtsturkunde nachvollziehen? Da ist echt schwierig. So jetzt ist die Geburtstruktur. Hier gibt es Es bestätigt, dass Sander ein gesunder Junge ist, aber es ist bestätigt. Sander ist ein gesundes Mädchen. Ja gut, das ist natürlich schwierig. Das ist sehr schwierig. Okay, also. Nur mal gucken. Denn... Schläft sie. Oh, sie schläft endlich. Endlich, sie schläft. Dann komm, dann geh mal. Geh mal essen. Geh mal Happy, Happy machen. Okay, füllen. Und Hoden ist oben mit dem Zocken beschäftigt. Du musst jetzt aber mal aufstehen, sonst komm ich. Oh Gott. So. Du hast sicher schon die Wäsche gemacht. Wäsche wäschen. Sehr gut. So. Du spielst oben. Warum das auch immer seine Vampir-Energie wieder aufbaut. Ähm. Papier. Dunkle Meditation. Das hilft uns sogar hier unten noch ein bisschen. Zitterndes geht sogar ganz voll. Na gut, so. Und so. Wurde. Schmilde. Bisschen Sterne. Geh. Nimm eine. Dampfen. Dusche. Ne, nimm ein Schaumbad. Vielleicht hilft es dir. Okay. Aber. Damit. würde ich erst mal einen cut machen zu heute. Wir stalken Holden jetzt noch mit in der Badewanne. Und damit hoffe ich, sehen wir dann das nächste mal wieder. Also bis zum nächsten mal. Tschüss.